Banane und Knie auf Bauch. Ich werfe die Banane mit einem schönen Auftaktschritt und sofort gebe meine Schulter an seine Schulter. Ich breche ihm sein Gleichgewicht, stelle das Bein dahinter, mache ihn um und gehe sofort im Knie auf Bauch. Dabei war wichtig, mein Fußspann ist an seiner Rippe und mein Knie ist auf seinem Bauch. Das andere Bein zeigt zur Seite, mein Knie zeigt nach oben, nicht so was, das ist kein ordentlicher Knie auf Bauch. Eine Hand an die Schulter, die andere Hand an den Gürtel und so kann ich auch super ihn festhalten, selbst wenn er sich bewegt. Kann ich auch viel raufsurfen. Genau. Gut, noch einmal komplett. Einmal. Auch gleich zurück, umdrücken, woher und direkt in den Neonstock.